So Leute, was geht oder geht nix? Hallo! Himm, braucht mal wieder einen Lacher, ich auch. Und der ist ein absoluter Garant für Lacher. Katzen, buchst du. Hat definitiv einen Kater. Hahaha. Vollständig. Herzlich willkommen, hat er noch gesagt. Voll einige Bretter. Nicht am Bauch. Das weiß doch jeder. Aber geiler Kung-Fu-Move. Hahaha. Ohne sich zu bewegen. Nicht schlecht. Hahaha. Ich liebe Katzen einfach. Ah, ist ein Vögelchen, was rausgeflogen ist. Und dann? Was hat sie? Gut. Was ist das? Fliegen geht da oder was ist das? Ich glaube, den Kater ist für immer wieder lustig. So grazile Wesen, aber wie kann man das so falsch kalkulieren? Geiler. Ach komm, hat sie verdient. Wow. Haha. Wir haben mal gehört, dass man das mit diesen Taschenlammen und Licht an den Laserponder nicht unbedingt machen sollte, weil die Frauen dieses Erfolgserlebnis, die Katzen, dass die wirklich was fangen. Wie viele Metern macht das Katzen nichts aus? Wo guckt sie denn? Wo? 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 No, you're not gonna react? Oh, oh. Moment. Ist das einfach nur Alufolie oder was? Check das nicht so ganz. Ich dachte, sing dir irgendwas Rassist, sag dir was Rassist. Ich hab's nicht gehört, ich hab einfach so eine schwarze Katze. Ich muss den Clip noch mal anschauen. Blöd, echt. Okay, was ist das? Ich fette, guck mal. Was soll ich mal jetzt? I just have one thing to say. Ich bin nicht interessiert, was du sagen. Die Katze ist mehr so schön und wichtig. Der Look. Wenn ich gucke, ich fokuss. Ja, weil ich nicht mochte. Aber im Ernst, das bin ich. Ich mach auch alles, alles Unbewegliche dafür verantwortlich. Wenn ich drüber stolper oder so. Warum liegst du da? Warum funktionierst du nicht? Meine Frau sagt immer, es ist vergangen. Schreit einfach irgendwelche Gegenstände an. Da. Warum dann da? Ob der Gegenstand sagen würde, Heiligung, Kaija. Mata ni Mina. Warum? Be, be careful, babe. Geh, 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 geh. Buh. Da will jemand nicht, dass sie spielt. Ich frag mich, warum. So geil, dass er einfach schon einen fetten Kratzer in der Hand hat. Respekt. Beherzte Sprung in den anderen. You sound like a squeaky toy. Thank you. Das ist so Katze. Überwachungskamera auf den Hund, der wahrscheinlich irgendwas futtert, was er nicht darf. Das mach ich auch das nächste Mal. Hast du hier so eine Unordnung gemacht? Hast du die Küche nicht aufgeräumt? Nein. Was ist, was macht er? Ach. Ich hab keine Ahnung, was da steht. Sorry, tut mir leid. Aber er macht nicht das, wofür wahrscheinlich geholt wurde. Das hat er gepenkt. Das hat sie auch. Oh Excuse me, excuse me, George 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 Was? Wie sieht denn George aus? George, da sieht eher aus wie Anton oder Aaron, aber nicht wie George Alter, wie viele Katzen? Oh my god Oh my god Excuse me, sir, what are you doing? Coco, get out of there Also das war wohl irgendwie so eine Überwachungskamera mit Audioübertragung, dass du da irgendwas reinquatschen konntest Die Karte so, hm? Ziemlich smart Come on We can do it Nein Was macht der das Ding auch dahin? Is this for real? So So Weiß nicht, ob das stimmt Aber man sieht gar nix Oh, dieser Teppich Wahrscheinlich schon einiges gesehen It's not funny It's like it was funny for a few minutes, but it's not funny with someone named Todd or just coming alone You know who's so gorgeous Somebody is dead Oh my god That was so creepy Ella Stop it One of my best friends On the sun named Todd Hahahaha Bei daern seht ihr den Unterschied zwischen Menschen und Katzen Menschen hören einfach auf, wenn sie dabei erwischt werden Okay Leute, das war's Tschüss Alles Gute Ich hoffe ihr habt gelacht Wenn nicht, dann guckt doch na andere Sch... Untertitelung des ZDF, 2020